Weihnachtszeit Hallo ihr Lieben, es ist Weihnachtszeit. Zeit der Wünsche, der Träume und auch oft vieler Gedanken. Und so habe ich auch viele Gedanken gehabt in den letzten Tagen und habe einige davon in einem kleinen Gedicht niedergeschrieben. Das möchte ich euch heute mitteilen und damit euch meine Weihnachtsgedanken erzählen. Meine Weihnachtsgedanken Weihnachten, das Fest der Liebe, das erzählt man Jahr für Jahr. Doch in der Welt, da toben Kriege, unsinnig und so bizarr. Spenden soll man für so vieles, Millionen Euro kommen rein. Hoffentlich verteilt man diese Tropfen auf dem heißen Stein. Freunde wünschen alles Gute, Gesundheit für das neue Jahr. Angst und Bang ist mir zumute, was noch alles kommen mag. Vorsätze, die erinnern wieder an alles, was man nicht getan. Wir singen wieder Weihnachtslieder und alles fängt von vorne an. Meine Gedanken, die ich habe. Zufriedenheit in diesen Tagen. Dankbarkeit im Herzen tragen. Nicht alles immer hinterfragen. Ich liebe dich. Der Welt zu sagen. Meine Lieben, wir wünschen euch von ganzem Herzen eine frohe, eine glückliche, eine gesunde Weihnacht. Mit all euren Lieben, den Wünschen und den Träumen, dass einige davon vielleicht in Erfüllung gehen sollen. Aus ganzem Herzen, für euch von John und meiner Wenigkeit, eurer Lilo. Bis bald wieder. Tschüss. Merry Christmas. Merry Christmas. Vielen Dank.